hallo liebe modellbahnfreunde heute gibt es eine kleine rangierfahrt mit einer diesellok zu sehen dann eine dampflok die br 95 und eine v160 die ihre runden dreht soll heute nur mal ein kurzes video sein bis gleich das ist sie unsere diesellok sie soll abgekuppelt werden und auf der anderen seite von dem zug wieder angekappelt werden also hier soll sie dann wieder dran also das hat schon mal funktioniert die werke vor bis zur weichel so 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 und jetzt so 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 Die kommt langsam angefahren. Ja, das hat geklappt. Ja, das hat geklappt. Da das so gut klappt, wir koppeln nochmal ab. Ja, das hat geklappt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020